Ich wünschte, diese deutsche All-in-One-Software hätte ich schon früher gekannt, denn dann hätten wir uns mega viel Kosten sparen können und auch Zeit bei den ganzen Verbindungen und Verknüpfungen, denn es gibt mit Funnel Cockpit jetzt in meinen Augen die aktuell beste Software für den deutschen Markt, um dein Online-Business zu betreiben. Warum, das klären wir in diesem Video. Ich gebe euch Einblicke, wie wir dieses Tool nutzen und was es alles kann. Und am Ende habe ich auch noch einen kleinen Spezial, den wir für euch mit Funnel Cockpit raushandeln können, sodass ihr auch davon profitieren könnt. Normalerweise brauchst du im Online-Marketing mindestens drei Tools, um dein Online-Business erfolgreich am Laufen zu halten. Eine Webseite mit Landingpages, ein E-Mail-Marketing-System, um deine Kontaktliste aufzubauen und dann einen Mitgliederbereich, wo du dann wirklich Produkte zum Verkaufen anbietest, um dann auch wirklich Geld zu verdienen. Und dafür brauchte man Klick-Tipp oder ActiveCampaign, Klickfunnels, dann Digimember oder eine WordPress-Webseite, wo dann die Landingpages waren oder der Mitgliederbereich. Das waren tausend Verknüpfungen. Über Zapier, Schnittstellen kannst du das dann zwar alles miteinander verbinden, aber es ist ultra viel Aufwand und du verschwendest so viel Zeit bei all diesen Verknüpfungen und das alles einzurichten. Mit Funnel-Cockpit gibt es jetzt eine deutsche Lösung am Markt, die wirklich sich extrem weiterentwickelt hat. Die Funnel-Cockpit gibt es schon ein paar Jahre, aber es kamen jetzt wirklich einige sehr, sehr interessante Updates raus, sodass diese Software unser neuer Favorit ist für dein Online-Business. Weil es halt Landingpages beinhaltet, ganze Funnel-Systeme, also Klickfunnels, sozusagen Alternative für den deutschen Markt optimiert ist. Es gibt dort Mitgliederbereiche, die man anlegen kann. Du kannst dort Videos hochladen, sparst dir also Vimeo oder einen Video-Hoster. Du kannst Webinare dort machen. Du kannst ein E-Mail-Marketing-Automation aufsetzen. Du hast ein CRM-System sogar schon integriert, sodass du da wirklich hier auch skalieren kannst. Und ein paar andere Features, die ich dir gleich zeigen werde, die diese Software wirklich innovativ macht. Das haben nicht mal diese großen amerikanischen Firmen entwickelt, was Funnel-Cockpit hier geliefert hat. Und das ist wirklich beeindruckend. Schauen wir jetzt mal rein, wofür nutzen wir dieses Tool und was kann es alles. Das hier ist das Dashboard. Auch auf einen Blick kannst du hier mit Digistore verknüpfen. Das ist das einzige Tool, was du noch brauchst. Irgendwie ein Bezahlanbieter, der dann die ganzen Rechnungen stellt und so weiter. Da ist Digistore eine super Alternative. Du kannst aber auch Copecard, Elo-Page oder halt Paypal nehmen. Also das ist nur das Einzige, was du noch verknüpfen musst. Alles andere ist hier enthalten. Wir haben die Funnels, da schauen wir gleich in den Detail rein. Wir haben hier die Möglichkeit sogar einen eigenen Conversion-Pixel zu erstellen, Split-Tests durchzuführen und Maus-Tracking zu machen. Dann gibt es hier Video-Player. Das ist auch dieser animierte Video-Player, der einzigartig von Funnel-Cockpit entwickelt wurde. Video-Funnels, das ist wirklich die Innovation hier. Das gibt es noch nirgendwo am Markt. So ein Video-Funnel zu erstellen, zeige ich auch gleich. Dann Webinare, haben wir hier E-Mail-Marketing-System komplett umfragen. Das ist so für Quiz-Funnels auch ein neues Feature, was wir dann gleich mal zeigen. CRM-System und hier gibt es dann sogar noch Formulare zum E-Mails sammeln und Dateien, PDFs, Bilder und so weiter. Da kannst du ja auch hochladen. Ja, das ist Funnel-Cockpit. Eine sehr, sehr mächtige Software. Du kannst hier so viel machen damit. Und im Online-Marketing lässt es wirklich keinen Wunsch offen. Das ist auch der Hintergrund der Entwickler. Das sind alles Online-Marketer, die das eigentlich für sich entwickelt haben, um halt bestmögliche Software für ihre Projekte einzusetzen. Und das kann ich bestätigen. Es gibt hier wunderbare Elemente, die es sonst nirgendwo gibt. Und wir haben hier komplette Vorlagen fürs Online-Business erstellt. Wir springen jetzt mal rein. Du kannst dort nämlich dann auch Vorlagen importieren, Funnels, die dir gefallen. Dafür haben wir hier auch diese Vorlage geschaffen. Da gibt es nochmal einen kompletten eigenen Tutorial-Bereich von uns. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, was so geht. Du siehst hier schon, was für eine Struktur wir aufgebaut haben. Und jetzt zeige ich dir einfach mal, was für Elemente Funnel-Cockpit alles bietet. Wir haben hier eine ganze Reihe an Conversion-optimierten Bausteinen. Text, Buttons und so weiter, das ist relativ bekannt. Du kannst hier so eine Benefit-Liste machen. Das sind solche Häkchen, die du halt bearbeiten kannst. Und das ist alles sehr, sehr einfach zu bedienen. Bilder, Videos, Audios kannst du hochladen. Testimonials, dafür gibt es hier schon eine Voreinstellung. Countdowns, ganz wichtig zur zeitlichen Begrenzung. Verknappung, du kannst da einen Timer runterlaufen lassen, wie viele Zugänge noch verfügbar sind. Du hast hier noch ein paar Entwickler-Einstellungen. Und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht alles im Detail erklären, sonst sprengt das hier den Rahmen. Aber hier sind dann so alles, was du normalerweise schwer integrieren müsstest, ist hier schon eingebaut. E-Mail-Opt-ins, Umfrage-Bestell-Formulare kannst du einbinden. Du kannst Webinare hier einbinden. Ja, Webinar-Chats. Du kannst den eigenen Webinar-Raum erstellen und dort Elemente einfügen, die dann während des Webinars erscheinen. So individuell kannst du das bei kaum einer Webinar-Software. Und das hier ist eine komplette Funnel-Software. Bedienung ist auch sehr intuitiv, sehr grafisch. Du schiebst die Elemente hier einfach, wie sie dann auf deiner Webseite auch erscheinen wollen. Eine Vorlage geschaffen. Hier ist auch schon so ein Quiz-Funnel mit eingebaut. Hier sind ein paar Testimonials und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie das Ganze wirkt, wenn das live geschalten ist. Also das ist logischerweise ein Template für unsere Kunden, das die dann anpassen müssen. Aber hier haben wir zum Beispiel ein E-Mail-Opt-in drin. Hier haben wir dieses Quiz drin, wo sich die Leute dann durchklicken können und wir auch das Ganze schon segmentieren. Ja, je nachdem, was der Kunde hier klickt, können wir ihm dann E-Mails aussenden, was es sehr spannend macht. Und ja, so kannst du die Leute schon qualifizieren. Und ein Quiz ist ein sehr cooles Tool. Und hier baust du dann einfach Video-Testimonials ein. Ja, hier haben wir dann sogar einen Terminkalender. Kannst du auch einbinden. Also sparst du dir da Calendly oder dergleichen. Also das geht dann direkt ins CRM-System. Sodass du dann hier einfach Termine einsammeln kannst. Gut, das war ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Das ist alleine der Funnel-Bilder. Jetzt will ich natürlich noch ein bisschen darauf eingehen. Ja, Video-Funnels schauen wir uns mal an. Das ist hier wirklich das Nonplusultra. Wir haben hier nämlich einen kompletten Bearbeitungsbereich, wo es dann darum geht, Videos mit Buttons zu versehen. Sodass die Leute dann klicken können und dann zum nächsten Video kommen. Ja, also der Funnel ist komplett mit Videos gestaltet. Du kannst dann dort Buttons einblenden. Du kannst ein E-Mail-Opt-In einblenden, Webinar-Opt-In. Je nachdem, was du im Video sagst. Und das ist hier wirklich einzigartig. Wenn dann hier jemand diesen Button drückt nach einer Minute, dann kommt er zum nächsten Video und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich einzigartig. Und Webinare gibt es hier komplett. Wir haben hier auch schon ein Beispiel hinzugefügt, wo du dann einstellen kannst, wann sollen die Webinare stattfinden. Du kannst dir hier dann einen eigenen Webinar-Raum erstellen und das ist wirklich absolut individualisierbar. Wir haben hier einen Button oder einen Countdown hinzugefügt. Der Button erscheint dann nach 45 Minuten und hier läuft dann einfach dieses Webinar ab, was du dann dir anschauen kannst und wo du dann auch drüber verkaufen kannst. E-Mail-Marketing, komplett automatisiert, ist auch mit drin. Du kannst hier deine Leads sammeln. Du kannst Follow-up-Funnels erstellen. Also hier sind dann wirklich komplett die E-Mails von uns jetzt schon vorgefertigt. Also diese E-Mail-Vorlage kriegen unsere Kunden auch mit. Du kannst dann hier ein paar Tags vergeben und kannst auswählen, wann dieser Funnel startet. Und was passiert, wenn dieser Funnel beendet ist. Quiz-Funnel, das ist hier unter Umfragen möglich. Das habe ich schon am Beispiel gezeigt. Du kannst halt deinen Teilnehmer und Website-Besucher sehr schön segmentieren. Du kannst hier dann die Daten ins CRM übertragen, sodass du hier wirklich dann komplett Infos hast über diese Kontakte. Dann kannst du hier auch komplett den Terminkalender einstellen. Du kannst dann automatisch Erinnerungen verschicken, wenn der Termin näher rückt. Also das ist komplett mit dabei. Und das ist halt das Schöne. Du sammelst über den Funnel E-Mails, schickst denen dann Follow-up-Kampagnen oder Termine und dann Terminerinnerungen. Und dann kannst du hier auch deine Mitarbeiter hinzufügen, um halt die Termine abzutelefonieren. Und jetzt zeige ich einfach nochmal so ein paar Landing-Pages von uns. Wir haben hier zum Beispiel dann den Quiz-Funnel, wo du einfach die Leute drauf schicken kannst. Und dann können die hier auswählen, was die interessiert, um am Ende dann ihre E-Mail im Tausch gegen einen Tipp abzugeben. Das ist dieser Quiz-Funnel. Sehr, sehr schönes Tool. Dann haben wir hier auch noch Upsell-Seiten kannst du hier erstellen. Du kannst ganz normale Landing-Pages erstellen. Da gucken wir uns jetzt mal ein Beispiel von uns an. Hier sehen wir jetzt mal den Timer in Action. Du kannst die Buttons so animieren, dass sie pulsieren. Ebenso diesen Video-Player. Da gibt es den animierten Play-Button. Kannst du auch einstellen, dass das automatisch abspielt, dass es so als fixiertes Pop-Up abläuft. Und dann ist hier auch so eine Verknappung mit dabei. Kannst die Digistore Social Proof Bubble auch verwenden. Also das ist hier alles möglich. Das mal so ein kleiner Einblick, was alles mit Funnel-Cockpit geht. Wie schon gesagt, kannst du hier dann alles individualisieren. Kannst Vorlagen erstellen. Und dafür haben wir für unsere Kunden ja auch diese ganzen Seiten hier geschaffen, die die dann mit einem Klick kopieren können. Neben dem Funnel kannst du hier dann auch noch einen Mitglied-Bereich und einen Block erstellen. Wir schauen jetzt hier mal rein in den Mitglied-Bereich und der ist auch wirklich umfangreich. Also es gibt hier verschiedene Levels, sodass du mit verschiedenen Digistore-Produkten dann auch den Zugang zu verschiedenen Levels freischalten kannst, was ein sehr, sehr cooles Feature ist. Wir können hier einen Test erstellen. Wir können auch Zertifikate und Urkunden ausgeben. Und das ist sehr, 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 sehr cool gemacht. E-Mails kannst du raussenden. Wir können hier zeitgesteuerte Freigabe aktivieren und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Zahlungsanbieter auch, die du verwenden kannst. Siehst hier sehr viel integriert schon. Paypal, EloPage, Copecore, Digistore und Stripe. Damit kannst du dann Zugang verteilen. Ja, und das ist mal der Mitglied-Bereich. Kannst den auch komplett individualisieren vom Design her. Und ich zeige dir mal jetzt ein Beispiel sozusagen, dass du hier die komplette freie Hand hast. Und ich zeige jetzt auch noch mal so eine Lektion, dass du da einfach mal siehst, wie das Ganze aussieht. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Hier gibt es eine Startseite, wo du mehrere Kurse verlinken kannst. Du kannst dann hier Videos einbinden, Texte, Bilder, Grafiken, auch Downloads hier über solche Button. Und die Teilnehmer können dann auch ein Kommentar verfassen. Und dann können die sich hier einfach durchklicken. Und du siehst dann hier diese schöne Lektionsübersicht, sodass sie sich dann auch einfach zurechtfinden. Das ist mal so eine Beispielvorlage für den Mitglied-Bereich. Und das kannst du alles auch noch komplett individualisieren, je nachdem, wie du das haben willst. Ja, hier sind die Einstellungen dafür. Und dann kannst du da wirklich auch das Ganze zeitgesteuert freigeben, die Zugriffsbeschränkungen wählen. Und das kannst du komplett mit deinen Inhalten und Grafiken anpassen. Und jetzt noch für dich da draußen, der das Video sieht, haben wir auch ein Spezial-DIR mit Funnel Cockpit vereinbart. Das findest du in dem Link unter dem Video. Dort bekommst du einfach mehr Leistung für den gleichen Preis. Wir haben dort einfach ein Sonder-DIR mit Funnel Cockpit aushandeln können, dass du einfach hier für die Pakete einfach mehr Leistung bekommst. Ja, hier zum Beispiel fünf Mitglieder-Bereiche, steht nur drei. Hier hast du sogar Umfragen mit drin und Formulare, obwohl die eigentlich nicht enthalten sind. Und dann kannst du dir einfach hier so ein Spezial-Deal von uns sichern. Das siehst du auch dann nochmal hier, dass das hier wirklich unser Deal ist. Und ja, dann kannst du das Ganze einfach mal unverbindlich für einen Euro testen. Ich kann dir sagen, nach ausgiebigen Tests von hunderten Softwares ist Funnel Cockpit mein Favorit fürs Online-Business, gerade für die Landingpages, für den deutschen Markt, bietet das perfekte Voraussetzungen, auch DSGVO-konform, sodass du halt hier eine super deutsche All-in-One-Lösung hast, die sich auch extrem schnell weiterentwickelt. Wenn wir hier mal unter Neuigkeiten gehen, dann siehst du, dass hier vor sieben Tagen eine neue Vorlage kam, dann hier wirklich im Tagestakt sozusagen neue Updates herauskommen und wir sorgen auch dafür, dass hier neue Features kommen mit den Team-Funktionen und so weiter. Das haben wir auch dem Funnel Cockpit Team als Feedback mitgegeben und wurde sofort umgesetzt. Also das ist ein super Eindruck hier von dem Team dahinter, alles Online-Marketer, die halt die Wünsche und Bedürfnisse von uns verstehen, sodass du damit hier wirklich eine solide Lösung hast, die funktioniert. Hol dir den Spezial dir, probiere es aus. Du kannst hier 14 Tage für einen Euro testen und dann freue ich mich, deine Website, deinen Funnel zu sehen und wünsche dir viel Erfolg im Online-Business. Wenn du Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare und dann freuen wir uns, diese zu beantworten.